Florian Silbereisen und Beatrice Egli, das Traumpaar der deutschen Schlagerszene, sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Doch kürzlich ereignete sich etwas, das die Beziehung der beiden auf eine harte Probe stellte. Bei einem zufälligen Treffen begegnete Beatrice einem alten Freund aus ihrer Jugendzeit. Diese Begegnung brachte lang vergessene Erinnerungen und Gefühle zurück, die sie tief bewegten. Es war ein sonniger Nachmittag, als Beatrice und Florian beschlossen, einen Spaziergang durch die Belebensstraßen von München zu machen. Während sie durch den englischen Garten schlenderten, stieß Beatrice plötzlich auf einen vertrauten Gesicht. Es war Michael, ihr bester Freund aus der Schulzeit, den sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Ihre Augen weiteten sich vor Überraschung und Freude, als sie ihn erkannte. Michael, bist du das wirklich? rief Beatrice, ihre Stimme zitterte vor Aufregung. Michael, der gerade dabei war, ein Buch auf einer Parkbank zu lesen, blickte auf und seine Augen leuchteten auf, als er Beatrice sah. Beatrice, das ist ja unglaublich. Wie lange ist das her? antwortete er, sprang auf und umarmte sie herzlich. Florian, der die Szene beobachtete, trat näher und lächelte höflich. Hallo, ich bin Florian, Beatrices Partner. Freut mich, dich kennenzulernen, stellte er sich vor. Michael schüttelte Florians Hand und erzählte ihm von den gemeinsamen Abenteuern, die er und Beatrice in ihrer Jugendzeit erlebt hatten. Die drei setzten sich auf eine nahegelegene Bank und begannen, über alte Zeiten zu plaudern. Beatrice war fasziniert von den Erinnerungen, die Michael hervorrief, und ihre Augen glänzten vor Freude. Florian, der bemerkte, wie sehr Beatrice von diesem Wiedersehen berührt war, lächelte und freute sich mit ihr. Doch tief in seinem Inneren spürte er einen Hauch von Eifersucht und Unsicherheit. In den folgenden Tagen trafen sich Beatrice und Michael häufiger und weiter über alte Zeiten zu sprechen, um sich über ihr Leben auszutauschen. Florian unterstützte Beatrice in ihrem Wunsch, die Freundschaft wieder aufleben zu lassen, doch er konnte nicht umhin, sich Sorgen zu machen. Er fragte sich, ob diese alten Gefühle ihre Beziehung beeinflussen könnten. Eines Abends, als Beatrice von einem Treffen mit Michael nach Hause kam, bemerkte Florian, dass sie nachdenklich und etwas abwesend wirkte. Ist alles in Ordnung, Beatrice? fragte er vorsichtig. Beatrice sah ihn an, ihre Augen voller Emotionen. Ja, alles ist in Ordnung, Florian. Es ist nur, Michael hat so viele Erinnerungen in mir geweckt. Es ist, als ob ein Teil meiner Vergangenheit wieder lebendig geworden ist. Es ist schön, aber auch verwirrend. Florian nickte verständnisvoll und legte seine Hand auf ihre. Ich verstehe, Beatrice. Es ist völlig normal, solche Gefühle zu haben, wenn man jemanden aus seiner Vergangenheit wieder trifft. Aber ich hoffe, du weißt, dass ich hier bin und dich liebe, egal was passiert. Beatrice lächelte schwach und drückte Florians Hand. Danke, Florian. Du bist so verständnisvoll. Ich weiß, dass du derjenige bist, den ich liebe und mit dem ich mein Leben teilen möchte. Die Tage vergingen und Beatrice verbrachte weiterhin Zeit mit Michael, doch sie begann zu merken, dass ihre alten Gefühle für ihn nicht mehr dieselbe Intensität hatten wie früher. Es war eine schöne Erinnerung, aber nicht mehr als das. Sie erkannte, dass ihre Liebe zu Florian stark und ehrhalber war und dass er der Mann war, mit dem sie ihre Zukunft verbringen wollte. Eines Abends, als sie mit Florian beim Abendessen saß, beschloss sie, ihm ihre Gefühle zu gestehen. Florian, ich muss dir etwas sagen, begann sie. Ich bin so froh, dass ich Michael wieder getroffen habe, aber ich habe erkannt, dass meine Gefühle für ihn nur Erinnerungen an eine vergangene Zeit sind. Du bist derjenige, den ich liebe, und ich möchte meine Zukunft mit dir verbringen. Florian lächelte erleichtert und zog Beatrice in eine enge Umarmung. Ich bin so froh, das zu hören, Beatrice. Ich liebe dich über alles und ich bin so glücklich, dass wir zusammen sind. In diesem Moment fühlte sich Beatrice unglaublich erleichtert und glücklich. Sie wusste, dass ihre Beziehung zu Florian stark genug war und jede Herausforderung zu überstehen. Die Begegnung mit Michael hatte ihr geholfen, ihre Gefühle zu klären und die Tiefe ihrer Liebe zu Florian zu erkennen. Ein paar Wochen später, als Beatrice und Florian einen romantischen Abend miteinander verbrachten, überraschte Florian sie mit einer besonderen Nachricht. Beatrice, ich habe eine Überraschung für dich, sagte er mit einem schelmischen Lächeln. Ich habe einen kleinen Kurzurlaub für uns beide geplant. Wir werden ein paar Tage in einem wunderschönen Wellnesshotel in den Alpen verbringen. Nur du und ich, und uns zu entspannen, um die Zeit miteinander zu genießen. Beatrice war überwältigt von Freude und Überraschung. Das ist unglaublich, Florian. Ich kann es kaum erwarten. Es wird so schön sein, einfach nur Zeit mit dir zu verbringen und unsere Liebe zu feiern. Die Tage in den Alpen waren magisch. Florian und Beatrice genossen die atemberaubende Natur, die frische Bergluft und die entspannenden Sparbehandlungen. Sie nutzten die Zeit, und über ihre Träume und Pläne für die Zukunft zu sprechen, um sich noch näher zu kommen. In einer ruhigen Ecke des Hotels, bei Kerzenschein und leiser Musik, überraschte Florian Beatrice erneut. Beatrice, ich möchte, dass du weißt, wie sehr ich dich liebe. Diese Tage hier haben mir noch einmal gezeigt, wie besonders unsere Beziehung ist. Ich habe etwas für dich, sagte er und zog eine kleine Schachtel aus seiner Tasche. Beatrice öffnete die Schachtel und fand darin einen wunderschönen Anhänger mit einem funkelnden Edelstein. Oh Florian, das ist so schön. Danke, ich liebe es. Florian lächelte und nahm ihre Hand. Dieser Anhänger soll dich immer daran erinnern, wie sehr ich dich liebe und wie dankbar ich bin, dich in meinem Leben zu haben. Beatrice war zutiefst gerührt und konnte ihre Tränen der Freude nicht zurückhalten. Ich liebe dich, Florian. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Die Rückkehr aus den Alpen markierte einen neuen Anfang für Florian und Beatrice. Ihre Beziehung war stärker denn je und sie wussten, dass sie gemeinsam jede Herausforderung meistern konnten. Die Begegnung mit Michaels Vergangenheit hatte ihnen geholfen, ihre Gegenwart und Zukunft noch mehr zu schätzen. Und so blickten sie voller Hoffnung und Liebe in die Zukunft, bereit für alles, was das Leben ihnen bringen würde.